Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich wie es mit Watch Remains of Edith Finch, habe ich mir gekauft, aber der Ton ist gerade ein bisschen laut und ich habe keine Ahnung, ob man hier irgendwie was umstellen kann. Ich kann nichts machen. Wir sitzen auf einem Boot. Leute, sorry, wenn der Ton ein bisschen laut ist, ich spreche jetzt auch, versuche lauter zu sprechen, weil ich habe keine Ahnung, ob der Ton laut ist bei euch oder nicht. Wir sind Edith Finch, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wir werden am Anfang beginnen, mit dem Haus. Der Dialog sollte ein bisschen lauter wie die Musik sein, sondern vielleicht die Gesamtlaufstärke sollte noch ein bisschen höher sein und halt der Dialog höher, weil ich finde, der Dialog ist eigentlich, ich würde so, ja. Auf jeden Fall, wir haben wohl, wie es aussieht, einen Bruder, der Milton heißt, der ist nicht sehr alt gewesen, war gerade mal elf. Wir hatten einen Bruder, der hieß Louis, das war wohl der älteste von uns, so wie ich es verstanden habe. Und wir sind die Jüngste, die Edith, die Einzelste, die, wie es aussieht, noch lebt. Und, ähm, ja, Dawn war wahrscheinlich unsere Mutter und Sanjay, unser Vater, der jetzt aber halt nicht so richtig angeknüpft wurde, weil sonst wäre der Stammbaum zu groß. Dawn hatte auch zwei Brüder. Das ist unglaublich, ey. Gregory wurde nur ein Jahr alt, oh mein Gott, tut der mir leid. Ich stehe euch mal vor, ihr seid ein Jahr und dann sterbt... Okay, natürlich ist es immer noch zu laut, sorry. So. Ähm. So. Obwohl, das muss ja schon irgendwie... Ich bin bestimmt lautstöckel, ich bin mein Lautstöckel, ja. Auf jeden Fall, dann gab es auch die Molly, Barbara, Calvin, Sam und Walter, das waren fünf Geschwister, das ist schon groß. Und Odin und Izzy haben wohl, also Odin mit der Ingeborg und Edi mit dem Sven, haben wohl die Familie angefangen zu künden. Und ich würde auch schon sagen, dass wir mal weiter spielen. Und ja, ich freue mich schon. Obwohl, Leute, lasst mal die Grafik unbedingt noch niedriger stellen. Weil Effektqualität Ultra, das ist mein PC zu hoch. Ich mache am liebsten, obwohl die Textqualität sollte schon hoch sein. Schattenqualität finde ich ist nicht so wichtig. Nachbearbeitung, das sollte auch hoch sein. Anti-Lasing kann mittel sein. Auflösung sollte auf hoch sein. Obwohl, geht mittel auch noch? Ja, nee, okay, sollte es schon auf hoch sein. Ich muss gucken, ob es funktioniert, weil es ist so ein bisschen... Kann die sich erst... Kann die sich umdrehen oder liegt das gerade... Maus, 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 die Fähigkeit, die ist... Die mag halt nichts umstellen und dann habe ich jetzt irgendeine Kack umgestellt. Weil ich weiß, deswegen, wie wir sagen, mittel... Ich versuche alles, so gut wie es geht, auf mittel zu machen. Weil, wie ihr seht, auch hier, das geht schon schnell mit, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe Angst, dass die Mausempfindlichkeit scheiße ist. So zoomen wir wohl ran. Ich lebte bis die Elfes hier und durfte aber nicht alle zum Betrieb, denn das Haus, das sieht schon, Leute, mega geil aus. Ja, können wir was machen, wie es aussieht. Ja, aber wie es aussieht, lebt hier ja keiner mehr. Also, wer soll die dann bitte öffnen? Und ich war nicht zurück, seitdem mein Bruder Louis ist hier, du weißt. Ähm... Ja, gut. Ach, da. Ich war seit der Beerdigung meines Bruders Louis nicht mehr hier gewesen. Wie sieht es aus, wie darf man hier nicht reingehen eigentlich, aber... Es wird Kameraüberwacht auch noch. Na toll. Wieso gehen wir rein? Wieso gehen wir rein, also? Also, meine Mutter hat mir einen Schlüssel geblieben, aber sie hat mir nicht gesagt, was er unklappt hat. Es sieht aus, wie wir haben einen Schlüssel und... Aber sie sagte nicht, wofür dieser wäre. Ich denke mal, dass es der Haus-Schlüssel ist. Vielleicht dachte ich, dass ich es wissen würde. Oder sie dachte, ein Mysterium wäre genug, um mich zurückzubringen. Okay, also ich denke mal... Die Mutter ist ja Dawn. Sie ist 2016 gestorben. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das Spiel, da sie 2016 gestorben ist, müsste es spielen. Ich glaube, es gibt es seit 2017, wenn ich mich irre. Und wir haben jetzt 2018. Ich denke mal, dass wir gerade im Jahr 2017 sind. Oder 2016. Und dass wir dann halt hier hingehen und unsere Mutter gestorben ist. Und wie es aussieht, glaube ich, die Mutter ist jetzt die Aller, die, die am Ältesten... Obwohl, wenn ihr mal easy anguckt, die war 1917 bis 2010. Aber hier wurde eigentlich niemand so richtig alt. Odin wurde auch nicht sehr alt. Okay, er wurde 57, aber... Okay, Walter wurde auch ein bisschen älter. Sam war auch nicht so alt, 31. Kevin war erst 11. Oh, die Leute, die so jung waren, die tun mir voll leid. Barbara war 16. Oh, die tun mir so leid. Die sind so jung gestorben, ne? Ähm... Ich würde sagen, wir gehen oben lang. Und es ist ein bisschen zu eng. Och, ich... Ich... Ey, dieses Spiel. Es wird so geil. Ich werde... Ich werde so... Oh, ey, die Leute. Wenn ich höre, dass Leute sterben, dann werden sie so... Leute, wie geil. Ey, wenn ihr oben das Zimmer hättet, das wäre doch mega. Ich hoffe, wir sehen alle Zimmer. Ich habe es mal als Play gesehen, aber ich bin jetzt... Und ich denke mal, dass die Pferde waren, weil sie jetzt gesagt haben, sie ja rufsponsiert. Das könnt ihr oben den Text lesen. Falls ihr das nicht gemerkt habt, irgendwie. Oh, Leute, ich schwöre. Spiel... Leute, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, weil da ein W steht, ne? Danke, W. Danke, W. Es ist gegen... Okay. Okay, es ist gegen... Da unten sieht es aus, als wäre das sowas, wo Autos immer drunter stehen. Tatsache, dass sie nach... Ah, sie hat das Haus geerbt, aber wollte eigentlich nicht mehr zurückkommen, weil ich... Ich verstehe es jetzt so, dass das Haus so irgendwie ein bisschen Pech gebracht hat, aber... Ey, Leute, das... Es gibt Fragen über meine Familie, die nur das Haus mit den Antworten sind. Mit Fragen über ihre Familie, weil... Wie ich gesehen habe, ist sie... Sie ist 1999, Zeit, als ihre Mutter gestorben ist, weil sie erst 17. Ich denke, sie ist jetzt 17 oder 18. Also ich vermute eher 18. Weil ich denke mal, in dem Spiel... Ja, wo das Spiel rauskommt, so... Ähm, würde... Leute, das ist so ein... So ein Pavillon-Garten oben. Oh mein Gott, wie geil. Am besten ist, wenn man... Wenn ich... Also ich würde nicht ganz oben wohnen, da hätte ich ein bisschen Angst, dass es ein Schiff war. Naja, aber ich würde auch nicht gerne ganz unten wohnen, also... Obwohl ganz oben wäre es schon halt irgendwie geil, auf eine Art und Weise. Hier ist für unser Auto, das ist sie immer... Genauso wie in ihren Träumen. Oh, Leute, da war wohl eine Rutsche. Oh, ein Klettergerüst im Wasser. Oh, der Arme... Ich fragte E.D. once über den Dragen in der Pond. Sie sagte, er hat ihren Schiff zu töten. Ich war sechs. Es war mir sogar ein wunderschöner Schiff. Das heißt, wahrscheinlich ist sie... Ist ja sie. Das heißt, Sven wurde wahrscheinlich... Ist das Gerüst, als er es gebaut hat, eingestürzt. Und dann ist er wahrscheinlich gestorben. Stell ich mir jetzt gerade so vor. Und sie war sechs Jahre alt, als sie es erzählt bekommen hat. Es war 2005, also 2005 bis 2006 kommt es an, wann erzählt wurde. Aber Leute, guckt mal, die Rutsche ist jetzt eigentlich schon gut gebaut. Jetzt für so eine... Also, wenn es jetzt eine echte Rutsche wäre, ist sie da halt jetzt schon ein bisschen wie ein Spiel aus. Und nicht echt, aber... Aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Fahnen hier, das ist ein Fahnen hier. Ich bin dafür dumm, Pflanzen einzuordnen. Pflanzen sind nicht mein Gebiet. Ich will sagen, wir gehen erst versuchen, zum Haus mit dem Schlüssel zu testen. Als Kind, das Haus hat mich unkomfortabel gemacht und in einem Weg, den ich nicht in die Worte bringen konnte. Wahrscheinlich hat die Rutsche hier oben begonnen, würde ich mal so schätzen. Sollte da runter gehen. In den Teich. Aber es hat wohl nicht so funktioniert, wie sie es wollte. Und hier steht auch Missing. Ich weiß jetzt nicht genau, wer Missing ist. Warte. Milton. Milton ist ihr Bruder, wenn ich mich nicht irre. Also, ihr Bruder wird vermisst. Oh Leute, speichert das Spiel automatisch. Ich hoffe schon, weil ich... Ich weiß nicht, ob ich es heute durchspielen kann. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Spiel geht, ne? Sie ist 17. Also ist es 2016. Oder 2018. Und vor allem, wann sie 1999 geboren wurde. Es könnte Frühling sein. 2018. Oh Leute, es sieht so... Ich freue mich schon, wenn wir endlich reinkommen. Oh mein Gott, Leute. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich liebe solche Spiele. Ich... Oh, ich kann es einfach nicht sagen. Es ist so... Glockenspiel. Oh mein Gott, Leute. Oh, die Schaukel. Ich sehe da einen Tisch da oben drauf. Wir können gleich mal gucken, aber... Ah, es war so eine Art Baumhaus. Oh mein Gott. Ich bin auch schon immer so ein Baumhaus, als ich klein... Okay, ich bin immer noch klein, aber als ich so richtig klein war. Wir gehen jetzt nicht durch die... Ich dachte vielleicht... Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ja, kann ich mir auch vor... Leute, ist sie dick oder... Oder sieht es einfach nur so aus? Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, wenn ich mich an das Spiel erinnere, ich weiß eigentlich noch was. Also ich mag euch jetzt nicht spoilern. Oh, ich kann es nicht ganz lesen. Ich meine, die kann man nicht so richtig lesen, weil das so... Da war noch was mit Japaner. Hier ist ein Eis noch drin. Komm, wir müssen es nehmen. Okay, ich würde es nicht nehmen, weil... Als wir sitzen wir hier waren... Ich würde sagen, wir gehen noch nicht ins Haus rein. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Fahrräder jetzt schon geht. Aber ich denke, 22 habe ich angefangen. Nee, ich habe früher angefangen, 22 waren wir dort gespawnt. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie lang es geht noch. Aber mit dem schönen Ausblick auf die Fahrräder, wo wir zwei Stück fahren. Ich schätze, die haben den jüngeren Mitgliedern gehört. Da ende ich auch schon die Folge und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao. So, ciao.